. Herzlich willkommen zurück und schön, dass ihr noch so zahlreich da seid. Falls wir uns heute noch nicht gesehen haben, ich bin die Shannon und wir sind in den letzten Tügen, 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 Dittincon und ich darf als nächstes einmal Finn auf die Bühne bitten mit einem herzlichen Applaus. Er wird uns etwas über Storytelling erzählen. Herzlich willkommen Finn Kliemann. Na ihr? Ja, pass auf. Wir machen das jetzt irgendwie so zusammen. Ich würde vorschlagen, wir machen das so, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr irgendeine Idee habt oder irgendwas wissen wollt, fragt ihr. Das macht das immer am lockersten so. Ich dachte, ich erzähle einfach mal ein bisschen, was ich mir so mitschreibe, wenn ich unter anderem auch euer aller Storys gucke. Es geht jetzt primär um Instagram und andere Sachen, alles was ich so sehe und manchmal fällt mir dabei was auf und dann notiere ich mir das und vielleicht hangeln wir uns ein bisschen durch die Liste und vielleicht wollt ihr was wissen, also ein bisschen locker irgendwie. Wie heißt der, wie hieß das Panel hier ganz genau? Storytelling? Hat jemand den Plan da? Storytelling, was man machen muss oder so? Ach, steht da. How to Storytell? Alter von Kliemannsland, okay. Die Subline ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich würde das ein bisschen anders machen. Also, pass auf. Ich habe mich da gestern drüber unterhalten. Ich war beim Reeperband-Festival und da kamen so ein paar Typen auch. Deswegen passt das ganz gut. Und haben gefragt, wie man das macht, so damit Leute einem zuhören. Was ja irgendwie interessant ist, auch gerade jetzt hier vorne mit den ganzen Themen, Klima, Geschichten. Das sind so ganz oft auch fade Themen. Also, das interessiert uns zwar alle, aber trotzdem ist es ganz oft super, super schlecht aufbereitet. Und darum geht es ein bisschen. Wie bereitet man Geschichten auf, sodass jemand zuhört? So. Habe ich jetzt einfach entschieden, dass das mein Vortrag ist. Also, meine Liste umfasst so ganz viele Punkte, die ich immer gesehen habe. Vor allen Dingen jetzt auf Insta bezogen, weil da bin ich einfach ganz viel unterwegs. Primäre Überschrift über all dem ist halt, dass man das nicht machen soll. Gestern ging es da bei den Künstlern viel drum. Kannst du das für uns machen oder so? Habt ihr jetzt wahrscheinlich auch schon ein paar Mal gehört, aber man muss den Kram halt nur mal selber für sich machen und man muss das auch den ganzen Tag machen. Also, bei mir ist es so ein bisschen im Blut, dass ich immer denke, wenn ich jetzt irgendeine Situation verpasse, weil ich die nicht gefilmt habe, ärgere ich mich da voll lange drüber. Es ist schlecht für mein Leben, sehr gut für mein Insta-Game. Weil man natürlich dann irgendwie zwangsweise alles mitnimmt, was irgendwie cool ist, was am Tag passiert und von dem ich denke, dass es andere Leute interessieren könnte. Abwechslung ist auch so ein Riesenthema. Mein Leben ist ganz schön wild, es ist ganz viel verschiedenes Zeug drin. Im Klimasland passiert jeden Tag irgendwas anderes. Kennt ihr das Klimasland? Schon mal jemand von gehört? Geil. Genau. Und da sind ja, das lebt ja davon, dass ganz viele verschiedene Menschen da hinkommen, so um das mit uns zu machen. Und das wiederum führt natürlich dazu, dass ich voll viel Inhalt habe, über den ich reden kann. Weil jeden Tag was Buntes passiert, so. Wenn man überlegt, gestern ging es da eben viel drum. Das sind Musiker, die machen nur Musik. Das heißt, die können auch nur über Musik berichten, so. Und dann gehen sie zur Probe und danach fahren die zu einem Auftritt und dann warten die auf ihren Auftritt wieder und dann fallen sie nach Hause und überlegen sich einen Song und so. Das ist ziemlich schnell ausgelutscht, dieses Thema. Und interessiert halt nach so ein paar Runden niemanden mehr. Und von daher ist es irgendwie geil, dass man das ein bisschen privat macht, so. Also, ihr müsst natürlich immer selber entscheiden, was ihr da bringt. Aber Leute interessiert halt privates Zeug. Deswegen gibt es so was wie die Bunte. Ja, weil man halt ein bisschen wissen will, so wie geht das? Wie macht man das? Ich glaube, das ist das, was Leute bei mir interessiert. So, wie macht der, wie sieht denn eigentlich dein Tag aus? Ich fand früher bei MTV diese ganze Day in a live with und dann setzt da hinten irgendeinen, den du cool fandst, hinten ran. Ryan Schäckler oder sowas bei mir dann so, als er zwölf war und ich leider älter als er. Habe ich dem zugeguckt, wie der seinen Tag verbringt. Das war irgendwie geil, dass er irgendwo hingefahren ist und ich konnte alles sehen, was er so macht. Und so ist ja Insta. Ich nehme Leute die ganze Zeit mit, zeig denen mein privates Leben so ein bisschen, spiele da keine Rolle und versuche da drin einfach so ein bisschen, naja, einfach so euch mitzunehmen, wenn ich irgendwas mache. So, pass auf, guck mal, hier sind meine Regeln. Hätte ich jetzt auch mal irgendwo hinschmeißen können. Ich lese sie euch vor, pass auf. Also es ist so, ich konsumiere jeden Tag so vier, fünf Stunden Sachen von anderen auch. Also ich bin sehr viel, ich verbringe sehr viel Zeit in meinem Leben auf Instagram. Ihr vielleicht noch mehr, Paul Ribke hat mal erzählt, mit dem habe ich immer so jeden Tag abends immer so ein paar Minuten Livestream gemacht und den Tag so durchgegangen. Der ist mal ausgestiegen und hat mal aufgehört, das alles zu konsumieren, weil er siebeneinhalb Stunden als durchschnittliche Nutzungszeit bei Insta pro Tag hatte. Was halt einfach völlig irre war. Zehntausend, ich glaube fast zehntausend Leuten hat er gefolgt und hat auch wirklich alles versucht mitzunehmen. Genau. Pass auf, das sind Regeln, die könnt ihr benutzen, müsst ihr nicht machen, einfach Sachen so, die habe ich gesehen, mir notiert, weil ich das scheiße bei irgendjemand anders fand. Pass auf, kein Post, um mal wieder Hallo zu sagen. So dieses, ey, ich war schon so lange nicht mehr online, ich wollte mich noch ganz kurz melden, dass ich da bin und so. Ja, leck mich, das interessiert mich echt nicht. Ähm, dann mach einfach nie, ich habe es Rundungsfreuden-Posts genannt. Stellt euch vor, ihr habt tausend Abonnenten und das interessiert euch natürlich voll, weil das so was ist, so eine Summe, die ihr geknackt habt, so. Aber es interessiert einfach niemand anders auf der ganzen Welt. Das Einzige, was man machen kann, ist so, wenn du so sagst, hunderttausend und dann macht ihr so einen tollen Song wie Casper und der ist dann zufällig gut, dann ist das was, was ihr machen könnt. Ansonsten würde ich da einfach auch nicht drüber sprechen. Ich habe noch nie über irgendwas geredet. Ob man jetzt irgendwie eine halbe Million Abonnenten bei YouTube hat oder hunderttausend bei dir. Das ist völlig egal. Es sind Zahlen sowieso egal. Das ist die größte Regel über allem. Guckt niemals in eure Insights. Guckt niemals, ob irgendwas erfolgreich war, irgendwas anderes nicht, weil dann machst du halt nur noch das, was erfolgreich war und dann wirst du wieder langweilig. So, ganz einfache Regeln. Guckt niemals auf irgendwen anders eigentlich. Guckt euch nicht an, was gut funktioniert. Versucht nicht aus irgendwem irgendwas abzuleiten. Scheiß auf Statistiken. Grundsätzlich, das gilt für alles, was ihr im Leben macht. Würde ich immer sagen, ich gucke nie auf Zahlen, egal wo. Und deswegen ist das immer mit bisschen Glück anders, als das, was andere machen. Dann, verdammt nochmal, versucht diese 15 Sekunden niemals mit einem abgebrochenen Satz am Ende. So, ey wirklich, das macht mich fertig, wenn ich das sehe, wenn so ein Satz so halb aufhört, aber irgendwie nicht beendet ist. Also, am besten, wenn ihr was filmen wollt, filmt es so vor und dann schneidet ihr das danach. Ich schneide immer alles direkt, wenn ich unterwegs bin. So, ich stehe dann aber auch immer wie so ein Tolli halt so in der Ecke auf einer Party und mache halt irgendwie noch kurz fertig. Aber ich bin echt schnell darin geworden. Also, ich kann schneller mit dem Handy schneiden, als mit Premiere. Es geht einfach alles reinhauen, zack, bisschen abschneiden. Insta ist ja auch nicht unbedingt, es muss ja nicht unbedingt richtig geil aussehen, sondern das muss authentisch sein und das muss schnell auf den Punkt kommen. Und da sind wir jetzt hier bei den nächsten. Ich habe richtig einen geilen Regelkatalog, das ist voll geil. Also, pass auf. Ähm, wartet mit dem ersten Wort bei Instagram, weil das wisst ihr auch alle, aber machen wieder alle verkehrt so, drücken direkt ab und die ersten 0,3 Sekunden sind abgeschnitten, weil die immer, ne, da gibt es ein Fade zwischen den Storys. Das heißt, die erste Sekunde, halbe Sekunde hörst du nicht. Das heißt, wartet ganz kurz, fangt dann an zu sprechen. Ähm, dann, Repost von Storys, ne, ist komplett durcheinander, weil ich es, wie gesagt, einfach notiert habe. Repost von Storys, ne, ihr werdet irgendwo drin verlinkt und ihr wollt das reposten, am besten macht ihr es gar nicht, wenn ihr das macht, macht das hau-, also maximal einmal, weil dann kommt die Person wieder, repostet den Repost und dann repostet ihr den Repost vom Repost und dann hat, weißt du, dann gibt es dieses tolle Ding, was immer so weiter aneinander, aber ey, interessiert das auch keinen. Ihr müsst euch immer überlegen, ne, man sieht sich voll gerne selber in sowas und man hört sich auch gerne selber zu und man guckt sich auch immer seine eigenen Storys noch ein paar Mal an und so, also völlig normal. Ähm, aber man muss sich halt immer überlegen, würdet ihr das, was ihr da gerade gemacht habt, gucken, wenn ihr nicht ihr wärt? Das ist schwierig. Also ihr müsst euren Körper verlassen. Also ihr müsst einfach wirklich einen Schritt zurückgehen und sagen, ey, ist das wirklich interessant? Oder ist das Selbstbeweihräucherung? Will ich mich gerade sehen, weil ich irgendwie da irgendwie okay aussah? Darum geht es zum Beispiel auch nie. Scheißt immer drauf, wie ihr ausseht. Das ist am allerbesten. Es geht immer darum, dass die Information schnell transportiert wird. Ähm, so, bei langen Storys, die in meiner, äh, nach meinem Wissen würde ich sowas immer maximal eine Minute lang machen. Also vier, 15 Sekunden, ne? Also eine Story sind maximal vier Schnipsel mit einer Geschichte, die nach einer Minute abgeschlossen sein sollte. Ich finde immer, wenn du dann in fünf und sechs kommst und so, so, ich liebe sie, aber Jennifer Rostock oder so mit ihren 25, 30, 40 Schnipselchen, ey, das macht mich fertig. Dann steige ich halt aus, weil ich merke schon, das ist wie ein Artikel. Ich habe ein massives Problem damit, lange Artikel zu lesen. Das heißt, ich überfliege eh nur. Und so gucke ich aber auch Insta-Stories. Also ich lese das Intro, also die Headline, das Intro, dann skippe ich ein bisschen durch den ganzen Text, dann lese ich das Ende. Und wenn es dann cool ist, dann beschäftige ich mich vielleicht intensiv damit. Aber so guckt man ja auch Insta. Guck mal, ihr kennt das doch auch selber. Man skippt so durch. Eigentlich zweit man wie so ein Berserker einfach durch die Storys von Leuten und konsumiert gar nichts richtig. Und da ist dann eure Aufgabe, den Anfang so interessant wie möglich zu machen, so dass man, also damit man da beibleibt so. Deswegen zum Beispiel könnt ihr auch versuchen, dass ihr bei langen Stories unterschiedliche Schnipsel immer mit unterschiedlichen Anfangsbildern besetzt. Sodass du die durchgehst und dann sind immer, also wenn du jetzt weißt, ich würde mich jetzt so filmen, dann sehe ich die ganze Zeit mein Gesicht und dann ist der nächste Schnipsel genau gleich. Da weiß ich gar nicht, ist das jetzt in der Story irgendwas Neues? Passiert da irgendwas oder nicht? Das heißt, ich achte darauf, wenn ich das schneide, dass nach 15 Sekunden immer unterschiedliche Bilder am Anfang sind, sodass man denkt, aha, da passiert was Neues. Passiert dann ja auch, weil das ist ein neues Bild. Äh, genau. Das versuche ich. Ähm, in der ersten Sekunde schneiden. Mein Geheimtipp. Also, ihr macht was, ihr legt euch irgendwas hin und in der ersten Sekunde schneidet ihr die Story schon. Sodass du merkst, wenn du das anguckst, aha, ich könnte was verpassen, wenn ich jetzt skippe. Guck mal, hier eine Frage. Sehr gut. Lass mal damit anfangen. Ich hab 20 Apps dafür. Ähm, ich benutze ganz viele verschiedene. Ey, gib einfach ein, äh, Videoschneiden-Handy so. Es gibt so viel. Ja, aber weißt du was? Das ist halt richtig krass. Ich krieg diese Frage jeden Tag 200 Mal gestellt. Kein Scheißherz. Jeden Tag. Schreiben mir 200 bis 300 Leute und fragen, womit schnellst du deine Stories? Ey, seid ihr alle dumm. Ey, Google das doch. Ja, es gibt tausend Apps dafür. Ähm, äh, es gibt hier, du kannst Rush benutzen, wenn du Adobe hast. Splice benutzen viele. InShot benutzen Leute. Also, es ist wirklich, Google. Gibt so viele Apps dafür. Dann guckst du, welche dir am besten passt so. Welche, der sich am besten anfühlt. Ähm, genau. Äh, Begrüßung weglassen. Wichtigstes Ding, schwöre ich, habt ihr alle schon gemacht. Hey Leute und so und hallo und so. Ey, Alter, braucht keine Sau. Sofort anfangen mit Information. Es muss halt schnell gehen. Danach könnt ihr euch ja wieder Zeit nehmen, so. Dann ist das aber ein Gestaltungselement. Am Anfang geht es darum, dass ihr schnell in so eine Geschichte einsteigt. Ähm, genau, abwechselnde Themen, habe ich schon gesagt. Achtet ein bisschen darauf so, weil das finde ich auch immer ganz schlimm. Das ist aber nur so ein Gefühl für so eine Geschichte. Das soll ja authentisch wirken, ne? Weil es soll ja auch authentisch sein. Also, ich würde nie... Guck mal. Martin, äh, also Materia ist voll lieb. Aber du merkst halt immer, wenn der eine Story macht, dann hat er wahrscheinlich so einen Witz schon mal erzählt und dann will er den aber nochmal so capturen für alle. Und dann macht er es halt nochmal. Und dann ist das wie so ein Schauspieler und dann wird es auf einmal so unnatürlich. Das heißt, wenn ihr irgendwas nicht habt, habt ihr es nicht. Scheißegal. Es geht wirklich darum, dass sich das so anfühlt, als wenn man dabei ist. Weil genau so soll das auch sein. Das soll ja keine Last sein. Sondern es ist einfach so ein Ding, was man dazu macht. Dafür muss man halt lernen, dass man sich nicht künstlich inszeniert, sondern dass man einfach Leute mitnimmt so. Auf so eine alltägliche Reise. Und das soll am besten ein bisschen spannend sein. Im besten Fall macht ihr da einfach was. Wenn ihr nichts tut, ne? Dann erzwingt auch nicht solche Situationen. Weil das wirkt auch immer wieder schon komplett verkehrt. Wichtig ist, mir macht es nur Spaß, jemandem zuzuschauen, wie er er selbst ist oder sie selbst ist. Dass man einfach sieht, ich bin dabei und ich lerne eine Person wirklich kennen. Wenn sich darin dann Dinge ergeben, so weißt du, Erfolgsgeschichten, so traurig das jetzt klingt, aber sowas wie bei Larissa oder so, die hat so wiederkehrende Geschichten. Ich weiß nicht genau wie es heißt, Fleischkäse, Freitag oder so Geschichten. Die isst halt jeden Freitag Fleischkäsebrot, nimmt Leute einfach mit, wie sie das isst. Jetzt hat sie davon Shirts gedruckt und Leute posten am Freitag immer ihren Fleischkäse. Es klingt total bescheuert, aber solche Sachen funktionieren dann halt. Wenn ihr irgendwas habt, was ihr im Leben immer tut, nehmt die Leute doch mit. Also offenbart das ruhig. Ich finde es interessant und es ist cool, so wiederkehrende Geschichten zu haben in so einem Leben, das jeden Tag merkwürdig anders ist. Es ist cool, ab und zu mal so was Wiederkehrendes zu haben. Ähm, genau. Es gibt gar nicht, also das ist das Schlimme, also ich finde fast alle Instagram-Stories scheiße. Also wirklich fast. Es gibt zwei oder so, die ich mag. Es ist richtig, richtig intensiv schlecht, weil die Leute sich alle keine Mühe geben. Also fast niemand gibt sich Mühe, da irgendwas Tolles zu machen. Und das ist die wichtigste Regel von allen. Dass man sich irgendwie damit auch, also entweder ist einem das völlig egal, aber dann darf man auch nicht erwarten, dass einem Leute dabei zusehen. Und wenn man sich einfach nur selber sehen möchte, dann kann man natürlich auch einfach langweilige Situationen von sich selber posten und so. Wichtig ist ganz einfach, dass man das macht, wenn man da, oder dass man das macht, weil man da Bock drauf hat. Und weil man sich dafür auch dann die Zeit nimmt so. Also es gibt nichts Schlimmeres als so boring, mir ist so langweilig oder ask me anything Geschichten. Also ey, das ist doch alles, da geht es nur um einen selbst. Und es geht bei Insta viel mehr darum, was zu erzählen, was andere ja auch dann interessiert. So. Das ist total, das Spiel ist ganz einfach. Aber guckt euch die größten Accounts der Welt an, die sind auch alle scheiße. Also auch so, was ist ein großer Account? Justin Bieber. Was ist das für ein Insta? Also weißt du, der hat ja keinen Insta, keinen guten Insta-Kanal. Es gibt sehr, sehr viele Fernsehstars, die riesen Accounts haben, die alle richtig schlecht da drin sind. Also ich mag die alle total gerne, auch persönlich so Joko zum Beispiel. Voll der coole Typ, mega lustig, aber kann das halt nicht. So. Der ist extrem groß, weil der halt im Fernsehen sehr erfolgreich war und kann aber halt keine Instagram-Story. Dem fällt das schwer, das zu erzählen und der will die Leute auch nicht mit ins private Leben nehmen und so. Muss er auch nicht, aber dann zackt halt seinen Insta-Kanal. So. Und so ist das halt, ist wirklich so. Die meisten Leute nehmen sich einfach keine Zeit oder haben keine. Ist ja auch gar kein Problem, aber dann wächst sowas halt auch nicht. Also wie gesagt, für mich ist das halt wirklich wie ein Hobby so. Also ich mach das gerne, mich nervt das auch nicht und ich hab auch nicht diesen Zwang jeden Tag irgendwas raushauen zu müssen, sondern das ist halt auch im schlimmsten Fall, schlimmster Fall, passiert immer ein Tag nix. Ähm, erfahrungsgemäß bei Paul zum Beispiel, der war drei Monate, hat er so komplett abstinent auf Insta gelebt, also gar nichts mehr gemacht. Und er hat erzählt, das war für seinen Instagram-Kanal so das geilste, was ihm passieren konnte, weil er halt durch seinen ganzen Postings jeden Tag eher Leute verliert, als dass er welche dazugewinnt. Ähm, das heißt, er hat, also so ein großer Kanal wächst eh die ganze Zeit. Das macht er automatisch, ob du jetzt was tust oder nicht. Ähm, ich hab, weiß nicht, jeden Tag so 500 bis 1000 Abonnenten mehr oder so, ob ich jetzt was tue oder nicht. Äh, und bei manchen Leuten ist das halt erfolgreicher, wenn die nix tun, weil die halt schon sehr bekannt sind. Und, äh, wenn die dann was tun, dann merken alle, okay, hier ist Kacke. Und, äh, dann gehen die halt wieder. Das heißt, man muss, das gilt aber eben für alle, man muss sich damit wirklich auseinandersetzen. Das ist das Allerwichtigste. Wie funktioniert das, so ein bisschen, wie gestalte ich längere Geschichten, so interessant, dass da was passiert, dass Leute dabei bleiben. Man hat dann ja halt die Chance, wenn man so ein bisschen Reichweite hat, dann kannst du auch mal Sachen sagen, die Leute irgendwie, ähm, keine Ahnung, so wie meine Kooperation mit VCA oder so. Oder wir sind mit Skate Aid nach Syrien geflogen oder so und haben da ein Skatepark gebaut und haben dann vorher einfach an einem Tag 15.000 Euro eingesammelt, weil, weil man diese Geschichte, so ein sehr komplexes Thema, was Skate Aid in 30 Schnipseln nicht hinbekommt, auf den Punkt zu bringen, weil es kompliziert ist mit den SOS-Kinderdörfern nach Syrien und wer bezahlt das und für wen ist das und so. Äh, und dann ist es quasi meine Aufgabe, sowas so hart wie möglich runter zu kochen, so interessant wie möglich zu gestalten, sodass man das so schnell wie möglich aufnehmen kann. So, und dann verstehen Leute nach fünf Sekunden alles klar, okay, cooles Projekt, sieht irgendwie geil aus, hab ich Bock drauf, unterstütze ich, spenden Geld, so. Ähm, aber das kriegen halt die ganzen großen Accounts nicht hin, weil die sich damit, die geben sich halt keine Mühe, sondern die sagen, ah, jetzt hab ich hier zwischen Termin 1 und 2 noch 10 Minuten Zeit und labern irgendwas oder reposten ein Bild und setzen irgendwas drauf und wollen dann ihre Platte verkaufen oder wollen keine Ahnung was machen und, äh, das ist einfach schlecht kommuniziert. Also überlegt euch immer, versteht ihr das in der Kürze der Zeit und alles ist hektisch da. Also es passiert, Leute haben einfach keine Zeit und auch keinen Bock, sich lange was erklären zu lassen, sondern ihr wisst ja selber, wie ihr das benutzt. So, also schnell und immer zwischendurch und meistens auf Sturm und so. Das heißt, einfach nur so ein frontales Bild, wo du irgendwas erzählst, ist super schwierig, ähm, zu transportieren. Ähm, ja, mein, mein No-Go-Regelkatalog, den habt ihr ja jetzt gehört. Gibt's denn, sag mal ganz kurz, gibt's irgendwelche Insta-Accounts, die ihr cool findet? Die gut gemacht sind, die irgendwie gut erzählt werden? Ach, guck mal, hier haben wir sogar so ein Ding. Geil. Guck mal, oh, da haben wir jetzt hier gerade das Problem offenbart, dass es keine gibt. Gibt's da was? Jetzt traut sich keiner mehr, was zu sagen, nachdem du gesagt hast, dass alle Kacke sind. Wurf Mikro an. Wie macht man das denn? Ja, 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 genau. Ah, unsere Schule hat eine Meme-Page, das ist ziemlich geil. Okay. Du darfst das Mikro einmal weiterwerfen. Ich finde, von Malte finde ich ihn auch super. Zin, ja. Zum Beispiel, warum ist der Account von Malte Zierten, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ist der Bruder von so einem Influencer, von Wilke. Und Malte, dem ist... Oh. Sorry. Malte ist was passiert. Malte musste, seine Zehne haben sich zusammengeschoben und er hat sich den Gaumen spalten lassen und ist ins Krankenhaus gefahren. Ja, vorne kotzt gleich jemand. Ist dir wirklich hochgekommen, sei ehrlich? Ich habe ihn tot. Ah, okay. Also, weil so schlimm war das gar nicht, das war primär lustig. So, und er hat das mitgenommen, natürlich ging es ihm sehr, sehr schlecht, der geblutet wie so ein Schwein und alles war richtig scheiße, aber der Typ hat halt Humor. Und hat das die ganze Zeit mitgenommen, wie er irgendwie drei Wochen nur Vanillejoghurt essen durfte und so. Und der sieht halt einfach richtig wild aus, weil der vorne so daumenbreit eine Zahnlücke jetzt hat. So, und das Ding ist immer weiter auseinander gegangen, jeden Tag um so einen halben Zentimeter gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und dann hat er das einfach alles immer gefilmt und dann hatte der super viel Zeit im Krankenhaus und hat das aufbereitet. So, und hat daraus sehr, sehr gute Storys geschnitten. Hatte vorher halt so einen Mini-Kanal, keine Ahnung, wie genau die Zahlen waren. Ich weiß nicht, 5.000, 6.000 Abonnenten oder so. Und dann habe ich das irgendwie ein bisschen geteilt und ganz viele andere Leute haben das auch geteilt. Jetzt hat er, glaube ich, irgendwie 100.000 oder so. Und dann, weil der das einfach gut gemacht hat, genau wie du gerade gesagt hast, ich finde, der hat das halt sehr lustig aufbereitet. Der kackt dich auch nicht mit dem Thema zu, sondern der macht das immer so, dass du Interesse daran hast, wie geht's dem eigentlich. Also Micha Fritz, auch der Gründer davon, Viva Con Agua, der hat irgendwie so einen Parasit am Fuß gehabt. Ähnliche Geschichte. Klingt auch voll eklig. Aber da war halt spannend zu sehen, ob er noch lebt, jeden Tag. Und bei sowas muss man ja einfach auch mal gucken. Also es geht jetzt nicht darum, alles Social Media-seitig auszuschlachten. Aber wenn du sowas hast, habe ich gemerkt, dass es total hilfreich ist, das zu teilen. Also für einen selbst. Guck mal, du kannst mit so einem Fuß nichts machen. Das Einzige, was du hast, ist Feedback von Leuten, die fragen, wie es dir geht und Tipps geben und so. Du liegst im Krankenhaus ganz alleine wie Malte und blutest da vor dich hin. Und dann machst du halt eine witzige Story und die halbe Welt lacht sich darüber. Aber stopp, das ist ein gutes Gefühl. Ich glaube, das hilft auch für die Heilung vielleicht. Also das finde ich auch. Sorry, ich habe jetzt viel zu viel daran geredet hier dafür. Mach mal so. Das macht wahrscheinlich Sinn, aber ich finde den Instagram-Account von Franzi auch super toll. Von meiner Franzi? Von deiner Franzi, ja. Was wahrscheinlich halt nicht von irgendwo kommt, aber es ist ein ganz anderer Stil als seine Instagram-Stories. Aber trotzdem richtig schön anzusehen, finde ich das. Voll, zum Beispiel, also Franzi scheißt auf alles, was ich gerade gesagt habe. Also es gibt nicht Regeln, es gibt keine Regeln. Das sage ich ja, das ist super subjektiv. Das sind die Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, die mich bei anderen gestört haben. Und das sage ich ihr auch. Ich meine so, ey, also wenn ich mir das angucke, ich skipp ihre Storys. Ich kann die nicht, also ich kann die nicht immer, also erstmal weiß ich, was bei uns im Garten passiert. Und ich stand vielleicht daneben oder so. Aber die, also, ich weiß nicht, wer Franzi kennt oder den Account kennt, ist halt so, die filmt irgendwas ab und erzählt dann, wie eine Tomate wächst und fässt die an und isst die und so. Also sie hat so Themen, die muss man mögen oder nicht, aber sie ist auf jeden Fall super, super authentisch so. Und die schneidet nichts und die pfeffert immer einfach alles hoch. Und wenn sie Bock hat, schreibt sie noch einen Satz drunter und so. Ich habe keine Ahnung, wie viele Abonnenten die hat. Weißt du? Ja, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall glaube ich eine ganze Menge. Das heißt, es gibt einfach nicht diesen Regelkatalog. Ja, schmeiß mal irgendwo hin. Boah, sehr gut. Ich wollte einmal, also ich wollte zwei Sachen sagen. Das eine ist, dass ich es toll finde, dass du mit dem Pult im Partner-Log bist. Was? Habe ich gar nicht gesehen, geil. Das ist mein Werder-Fanshirt. Und zweitens wollte ich fragen, nachdem du ja gesagt hast, dass sehr viele Stories scheiße sind und dass du selber natürlich keine schlechten Storys machst. Ob du eine hast, die dir persönlich, die du jemals gemacht hast, wo du sagst, das war auf jeden Fall die Beste. Boah. Die Beste ist echt schwierig. Es gibt, aber das ist dann auch wieder super subjektiv. Da passiert Brian irgendwas richtig Dummes, worüber ich mich mein restliches Leben beömmeln werde. So, das kann ich mir ein hundertmal angucken. Das ist wahrscheinlich dann die Beste. Aber ich habe schon so, ich glaube, man kann hundert Highlights anlegen bei Insta. Also, du hast hundert Highlight-Ordner, wo unendlich viele Stories drin sind. Ich glaube, die sind fast voll. Also, ich habe irgendwie fast hundert Highlights oder so da angelegt. Das, also, wenn euch irgendwas interessiert. Ich weiß auch nicht, das ist ja überhaupt nicht der Maßstab. Das ist auf keinen Fall das Beste, was es gibt. Ich will nur sagen, ich gebe mir Mühe und ich versuche, das so einfach und so schmackhaft wie möglich aufzubereiten, sodass man Bock hat, das zu gucken. Das ist eigentlich der einzige Tipp. Und der Rest passiert einfach in meinem Leben. Wie entscheidet man dann, welche Stories Story-Highlight würdig sind und welche nicht? Ich entscheide es einfach. Keine Ahnung. Wenn die voll sind? Wenn die voll sind, dann muss ich irgendeine löschen. Aber da bin ich ja noch nicht. Nö, ey, Story-Highlight, keine Ahnung. Du machst irgendwas, dann findest du das gut. So, wie du gerade gesagt hast. Irgendwas, was irgendwie eine sehr lustige Situation oder irgendwas. Keine Ahnung, Brian auf dem Wacken hat es hingefallen, nachdem wir so ein Spielchen gemacht haben, wer höher über Mülltonen springen kann. Dann hat er so eine Brille, wo nur ein so ein Glas drin ist. Und dann habe ich einfach so im Vorbeigenauf und gefilmt. Dann hat er irgendwas, kennt ihr diese 0800 Backpapier-Geschichte? Hat das jemand gesehen? Ey, in den Highlights müsst ihr euch mal angucken. Das ist das Witzigste, was jemals passiert ist, wie ich finde. Weil er halt einfach so eine total straighte Ansage macht. Zwar so ein bisschen Schricklage hat, aber extrem klar und deutlich erzählt, dass man ihn einfach anrufen könnte, wenn man ein Bierchen mit ihm trinken will. 0800 Backpapier und er wäre dann für die Leute da. So, und weißt du, solche Sachen, das gucke ich mir an und denke so, alles klar, okay, das will ich nicht vergessen. Das ist dein Highlight. Ja. Ich glaube, das war die letzte Frage, ne? Okay, ich hoffe, das war tatsächlich die letzte Frage. Ansonsten schreibt mir irgendwie bei Insta. Manches geht unter, aber ich versuche eigentlich alles zu beantworten so. Mitnehmen solltet ihr eigentlich nur, dass ihr euch ein bisschen Mühe dabei gebt. Ob ihr euch jetzt auf Franzis Art und Weise Mühe damit gebt oder wie ich ein bisschen mehr so versuchen, okay, die Schnipsel dann auch so zu legen, dass irgendwie Anfänge cool sind und so. Aber es ist jetzt wirklich wichtig, einfach echt nur, dass ihr das nicht als, mir ist langweilig. Also das ist das Letzte, wenn euch langweilig ist, nehmt euer Telefon nicht in die Hand. Ganz einfach. Und lasst das mit den Spiegel-Selfies und so Geschichten und nicht mehr Hallo am Anfang sagen. Und jetzt fange ich wieder an, meine Liste das zweite Mal zu erklären. Also höre ich auf. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen. Viel Spaß auf Instagram. Vielen Dank an Finn. Da waren für mich auf jeden Fall ein paar Dinger dabei, wo ich mich ziemlich ertappt gefühlt habe. Mir dachte, oh, das mit dem Hallo sagen, sage ich immer. Mirror Sales Week sind keine dabei. Aber was für mich auf jeden Fall neu war, Aussehen ist Wayne. Okay, gut, nehme ich mit. Qualität ist anscheinend auch irgendwie Wayne. Ja, ja, die Qualität der Videos ist dumm, wenn es ein großer Pixel ist, aber ansonsten nicht so wichtig. Aber Authentizität, das ist wichtig. Vielen Dank, Finn. Nochmal einen großen Applaus an dich. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.